Unterf, was ist los? Woher kommt die Schiss herein? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Adaleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von woher kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Die Russen sollen eine Eisenbahnbräcke über die Ola haben. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Nein. Sie wissen, dass der Lino da Adaleriefeier liegt. Hören Sie den Beschuss, nicht? Nein, ich bin in Wilm Park. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Ola. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der hat ihm erledigt, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Städtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht mehr Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Pankow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. John Sebasemol. Untertitelung des ZDF für funk, 2017